Jetzt kann man das einschalten, das schaltest du hier ein und da, da gibt es ja unten ein Bild. Und jetzt kann man damit eine Reichweite, jetzt hast du eine hohe Reichweite. Wir sind hier vor einer Messe, Trinktec, und der Herbert führt jetzt gerade diese Angel, die umgebaute für Sicherheitstechnik vor. Und vorne gibt es dann Blitze, und wenn man den immer berührt, der fällt da oben. Da kommen auch die Fotos, oder?